Kommt mit ins Gournigobad an die szenische Führung. Steigt ein, die Zeitreise fährt an. Ihr erfahrt auf dem Spaziergang, wie das ehemalige Grand Hotel Gournigobad die Stadt im Wald ausgesehen hat. Mit den Schauspielenden könnt ihr die Geschichte neu erleben. Reserviert euch einen Platz für eine öffentliche Führung unter www.gantrisch.ch Schrägstrich szenische Bingenstrich Führung. Das Angebot kann man übrigens auch ganz individuell für einen privaten Anlass buchen. Wir freuen uns sehr auf euch.